Grüß euch, ich bin der Daniel Schmidt. Ich bin 22 Jahre alt und ich habe bei der Firma Frank die Doppellehre Spengler Dachdecker vor zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich und man macht nicht jeden Tag das selbe. Das Schöne an der Arbeit ist, dass man jeden Tag draußen ist auf der frischen Luft. Man ist viel auf die Dachln oben, weit in der Höhe und man hat jeden Tag eine neue Herausforderung. Das Arbeiten im Team ist super, ist eine schöne Sache, wenn man gemeinsam auf einer Baustelle arbeitet. Wenn man die Baustelle vierte ist und man vorbeifährt, dann ist man jedes Mal stolz auf diese Arbeit. Wenn du gerne draußen bist und kein Bauschal bist, starte Lehr beim Frank in Horn. Ich will auf jeden Fall beim Frank bleiben, Top-Leute und Top-Betrieb. Servus, ich bin der Christian Leninger, ich bin für die Ausbildung unserer Lehrlinge mitverantwortlich, begleite dich auf deiner Lehre zum Zimmerer, Spengler und Dachdecker. Grüß euch, ich bin der Jürgen und ich führe den Betrieb in fünfter Generation. Euer Lernshandwerk wird nie durch eine Maschine zum Ersetzen sein. Wenn du Interesse hast, kannst du dir jederzeit weiterbilden, vom Lehrling bis auf zum Master und das sollte das mitbringen. Ein weimliches Vorstellungsvermögen. Wetterfest und Top-Fit. Mathematisches Verständnis. Teamfähigkeit, kreativ und natürlich kündelfrei sollte das auch sein. Handwerkliche Fähigkeit und Genauigkeit. Im Rest lernen da eh wir. Wir uns erhöhen. Fang jetzt bei uns ins Lernen an. Jetzt hast du die Chance. Wir brauchen dich jetzt. Früher hast du mit Lego gespielt, bei uns kannst du gleich mit dem großen spielen. Das gehört schon in hoch. 25 006iger erdigt. Lernen kann meinem PT unterricht. Lernen kann einfach nur gehen, mit dem 들어 Kindern und sagen, was in recipiert. Bis zum nächsten Mal.